Willen, ich kann Bären sammeln. Gegen, Alter, im Treffen war dich leichter. Mann! Ich hasse diese blöden Wichsviecher. Was kommt er hier? Ey! Was hat er mir geklaut? Toll, wo ist meine Waffe? Er hat mir meinen Bogen ja auf jeden Fall weggehauen. Deine Waffe finde ich jetzt hier gerade schnell nicht auf die Schnelle. Ich habe sie schon eingesammelt. Was ist das denn? Eine Krücke. Ein Krückengummiteil. Wand. Neue Wände. Ja, warte mal, die Wände können wir dann erstmal hier in die Truhe, hier in die Kiste reinhauen, genau. Da ist ein Baum. Da ist ein Baum, den muss ich kaputt hauen. Jetzt habe ich... Ich stelle uns mal... Warte mal. Ich gucke mal eben ganz kurz, was ich für eine Werkbank nochmal brauche. Ja. Metallpuste. Also... Ich brauche auf jeden Fall mal ein bisschen Stein und wie viel Holz? Oder was brauche ich nochmal? 40 Stück. So, jetzt bin ich erstmal überladen und ich stelle neue Wände her. Das ist keine Wand. So. Wir haben jetzt schon sehr viele Wände und ich mache noch mehr. Ja. Kann durchaus sein, dass ich vielleicht noch Fasern brauche. So. Ja. Falls ihr jetzt Holzüberschuss habt, könnt ihr mir das hier in die Werkbank packen. Werkbank? Hast du schon eine Werkbank stehen? Das Ding, was ich hingestellt habe, meine ich. Wieso bin ich gerade zurückgebackt? Das kann... Das kann... Das kann ein Server-Dingsbums sein. Also willst du das jetzt schnell... Warte mal ganz kurz. Ich brauche Holz und Fasern mal ganz kurz. Äh... Weil ich schnell uns die Werkbank her... Den Schmelzofen herstellen möchte und da fehlt noch Stein sehe ich gerade. So, Wand. Mehr Wände. 15 neue Wände. Ausdruck. Vielleicht hat das aber auch mit den Dings... Also bei manchen Funktionen scheint es überhaupt nicht zu funktionieren, weil... Fasern konntest du nur vor dem Mod nur 100 Mal haben. Ja, aber... Die Mod erhöht diese Stacks normalerweise erheblich. Ein Bett wäre eigentlich logischer, Dennis. Absack. Wir müssen auch Tiere dafür töten. Na, äh... Leder haben wir mehr als genug. Also das ist jetzt das wenigste Problem. Ich warte ja nur noch drauf... Ähm... Dass wir gleich mit dem Schmelzen anfangen können. Bei der Schmelz, ja. Falsches Spiel. Oh, stimmt. Äh... So, da steht er. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen Holz hacken gehen. Toll. Ich muss Holz hacken! Und ich stell grad was fest. Oder... Was denn? Schönes Teil. Ah, ne. Ich hatte das, glaub ich, eingeladert. Ja, genau. Äh... Wo hast du den... Gegenfrage? Warum machst du eigentlich kein richtiges Bett? Weil ich dafür die Materialien grad nicht hatte. Und zudem... Ja, ich renne gerade. Ich bin übel... Ich bin übel schnell. Merkt ihr das? Boah, alter... Leeg! Fängt er sich bald mal wieder? Danke. So. Pack mal dein Eisen da nochmal mit rein. So, mal 6. Bewegungsgeschwindigkeit. So. Noch mehr Wände. Wand. Oh, alter. Ich kann mich bewegen. Nein! Doch. Oh. Ich habe außerdem auf eins herstellen gekriegt, statt auf mehrere. Du kannst ja immer noch nachholen. Also, das ist jetzt, glaub ich, das wenigste Problem. Ich weiß. Du musst trotzdem Drama schieben. Weil es cool ist. So. Noch mehr Wände. Wir haben jetzt 64 Wände. Wir werden noch was anderes bauen für uns. Was brauchen wir noch? Ne, wir werden noch so fliegen. Außer, vielleicht so ein Wach-Dinosaurier. Hier ist jetzt unser Metall drin, ja? Ich bin stolz auf dich. So. weil sobald wir ich 10 barren habe würde ich dann sehr gerne die mir mal klauen und eine ja dann mehr die werkbank schon mal herstellen und dann uns wiederum eine gesamte lederrüstung dreimal herstellen hat mir nicht gerade eine werkbank nein nein aber in der werkbank das ist nur eine einfache werkbank glaube ich aber die spezielle die ich suche die brauche ich noch ja aber das ist nicht die werkbank die ich brauche ich weiß was noch fehlt was denn mörser den mörser habe ich schon gelernt und den stelle ich jetzt einmal her dann kann ich nämlich die ganzen flinster nicht nur fünf metallwaren dann das ist ja in ordnung da kann ich die johannes ein echte johannes ein echte scheiße brauche ich jetzt passen die scheiß kombis so das nehmen wir mit scheint nur hat ein kombi getötet scheint wird ein kombi getötet hat schon wieder ein kombi getötet die kombis fühlen sich heute sehr bevorteiligt benachleidigt also ist der einzige weg hier entweder übers wasser oder über die brücke interessant na triceratops im wasser ich dachte es wäre holz hast du den triceratops jetzt gerade geschlagen nein steck fest wo steckst du fest ich stecke zwischen triceratops und felsen fest ich weiß jetzt gerade nicht immer wo du bist ich stecke fest das ist mir oh nein ich muss hier weg ich habe ihn schlagen befreit befreit vorsicht er kommt lauf weg auch blauer ähm du hast gleich zwei am arsch du sollst den vorken lauft ist der auch noch da ja weiter einer zieht ab wie es aussieht es sei denn er kommt jetzt auf mich zu lauft was machst du das jetzt ich habe nur geguckt aber der ist jetzt auf unserem gebiet das heißt so lange wie drago im wasser ist nein was machst du nur da ist ein dildo ins wasser gefallen und der kommt da nicht raus den lasse ich ja trinken da ist er auch kompi über die brücke der nächste kompi die sind halt ins wasser gefallen ich wollte was wollte ich eigentlich ist das der den ich den von dem ich geackt wurde manche warte mal welche taste war anders hier text lockt was suchst du ja das da ok holz ich brauche holz willst du was haben ich habe gerade genug im inventar äh passt schon passt schon wenn i dann ich bin ja mit meiner hand ich komme nicht weg na gama hast du es geschafft ja ich bin hochgekommen warte warte mein hase der triteratops ist noch irgendwo im wasser der eine ja dabei wollte ich eigentlich nur nach neun doos suchen wir brauchen maskottchen da reicht es auch wenn wir dich als agame dahin hinschleifen so aber ich merke gerade dass ich komplett falsch bin so was brauche ich denn alles 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 oh kann ich das schon ehren 1 2 3 ein bisschen mehr Gesundheit danke sehr so warte ich bin auf dem weg zu dir gleich sobald ich das mit denen links abgeschlossen haben so damit er ruhig kurz und so weiter zu verteilen moment es ist weg nein es ist weg welches licht ist weg scheiße Terrazinosaurus was hast du dir schon wieder neue freunde gemacht nein den Terrazinosaurus sollte man sich bei wo wir jetzt sind und nicht als freund machen willst warum nicht warum denn die sind fast so stark wie ein T-Rex oh hi du siehst süß aus aber die Terrazinos die sind ideale Sammler kann mir mal jemand helfen ich bin überladen einen Augenblick leider kann ich dich nicht tragen nee aber du kannst nur was abnehmen ich kann mich nicht 1 cm bewegen ich bin gerade nicht da hast du zu viel Fleisch gegessen nein ich hab zu viel Holz mit mir ist doch deine Bären dann schmeiß mal was hin oh geh endlich down man oh kein Wunder das war 130er Vieh eh immer noch ansonsten müsste ich jetzt schnell abladen friss 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 du musst jetzt alles fressen mal und schritte ist ist is ja normale Kommunikation is 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 Okay, für das andere Oh, und dann wird das 64 Level stärker Oh, dann braucht man 5 Metallbacken Kannst du doch nehmen, ich hab schon eine Werkbank gebaut Wenn du sie bauen wolltest 90,9% Los, komm, das hast du nicht schafft, Mann Ja, 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 ja Oh ja Ey, wir haben 64 Wände Jetzt übertreibt Draco ja komplett Ich dachte, wir können so viel gebrauchen So, ich mach uns mal kurz einen Fluss So, wo lang muss ich jetzt? Es war noch eine Werkbank Eine andere Warte mal ganz kurz Ich wollte die hier Stroh brauch ich Ah, da drüben hinse Ah, ich hab die Brücke gefunden Cool Darf ich? Ich möchte euch unser neues Haustier vorstellen Das ist Bernie Bernie, das Eichhorn Bernie, Dickie Hat noch was verpasst? Hast du es gerade gesehen? Ich mach es nochmal Mach du mal Ich will das mal sehen, wie das aussieht Okay, warte Bei dir passiert ja gar nichts Du bewegst dich einfach nur extrem langsam Okay, das ist so Na, okay Hab ich bei dir Zuckungen gehabt oder sowas? Extreme Bördi scheinen dich auch zu mögen So Ähm, Achau Agame Ich hab was für Dicke Was, was, was? Ich hab was für dich Zeig mal her Hä? Oh, du hast mir schon Kleidung gemacht Und Stroh Hä? Du hast mir Stroh gegeben? Das wollte ich dir eigentlich nicht Dann, warte mal Dann gib mir dein Stroh bitte wieder Äh, welcher von denen war deiner? Ich glaub der hier war deiner Aski Er kommt Aski 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 Äh Wusstest du scheißen, Dodo Aski Hab was für dich Hier Nimm meine Liebe Und plötzlich ist mir Heim Nein Das wollte ich dir nicht Doch, das wollte ich dir geben Noch ein bisschen mehr Gewicht Fertig So Was noch? Na, Bionic, wie geht's dir? Hä? Fick dich doch Jetzt sieh Jetzt sieh Jetzt sieh, wie der sich anzieht Bei Kofi Und Max Erdnose an Kein Klack Hut Handschuhe Füße Und Bionic Was? Bionic Was? So Jetzt müssen wir Moment Es ist nicht Weihnachten Setz doch sofort wieder ab Kann ich nicht Moment Warum hab ich keine Weihnachtsmütze? So Ich hab Säge eingeholt Ich hab jetzt uns ein Floß hingestellt Guck's dir an Hallo Hallo Glavenus Abglatsch Ich bin Ich bin Das ist kein Glavenus Das ist ein Reaper Reaper of Soul Du hast ein Floß Gebaut Ja Cool Nicht Auf die Freundschaft Und die Zwei sind Gar nicht ohne Nein Ach Musst du dich schon wieder mit Leuten stänkern Warum? Der hat meine Bären in den Stuhl Lagre doch deine Bären ein Denn Bären sind Bären stark Meine Bären Na gut Die brauch ich eh nicht Aber trotzdem Meine Bären So warte mal Welche Bären brauchen wir? Also die Nacko Bären hab ich jetzt schon weggelegt Die schwarzen ja Also nur die Nacko und die Tento Oder wie die heißen Ne Mecho Oh Der ist hinterhergekommen Nein nicht Mein Kartoffelsaatgut Boah alter Es leckt Ich würde empfehlen Saatgut statt Bären zu sammeln Weil Bären verrotten Saatgut nicht Aber jetzt sind ja Rezeratops aufgetaucht Die ganze Zeit rum Mann Mir geht schon wieder so ein Vogel auf den Piss Aber jetzt ist also unser Haus eingedrungen Solange er nichts kaputt macht Das ist mir alles recht Alter läuft ja hier bloß durch Tritzi Wenn wir jetzt was falsch machen Den schlagen Dann sind wir Er hat uns was hinterlassen Ne das war der Dodo Du weißt ganz genau Dass Tritzi's höhere Scheiß Größere Scheißhaufen Plast machen Und das Holz ist weg Oh na toll Ist das dein Ernst Tritzi Der ich Tionis hat angegriffen Zeig ich doch er hat uns was hinterlassen Schinkgroßer Scheißhaufen Oh cool Großer Schinken dachte ich erst Mann Und jetzt werde ich's essen Das ist ein Vogelfieh Komm her Ich schlitz dich auf Der Triceratops könnte Man sollte Schalko lockt den Vogel weg Wir müssen den Vogel weglocken Wenn der Triceratops den Vogel angreifen sollte Macht er alles kaputt Zeig Scheiße Ich sterbe Womit das scheiß Vieh vom Himmel Wieso stirbst Du hast echt den Scheißhaufen gegessen Ich hab die Kacke gegessen Ah Ah Hat es denn wenigstens gebundet Schokomuffin Und Wie war deine erste Erfahrung Mit einem Schokomuffin Alter das Gefieh geht mir auf die Nerven Ich baue jetzt Wände Aber vergiss die Tür nicht Sonst kommen wir nicht mehr rein Die Tür haben wir doch schon Warte Das ist alles hier in der Kiste drin Alles in der Kiste drin Ich kann mich aber eh momentan nicht bewegen Vier Mann Öl ist Mistvieh Mann Oh voll Treffer Hässliches Opfer Bist Stück Ich kann mich nicht mehr bewegen Ich hab's gleich zerhackt Das Blöde Ich fühle mich scheiße Dann gib mal ran Wo ist meine Wand Da wo du abgelegt hast Hä Warum ist die Wand jetzt weg Die hab ich aufgenommen Wirst du auch gleich sehen warum Wirst du auch gleich sehen Ich komm nicht hin Ich geh mal Steine sammeln Mach das Ich will uns nämlich weiter unten noch was anderes bauen Aber dafür brauche ich Steine Ah jo Jetzt weiß ich wieso Und über die Mod können wir sogar Palisaden bauen Das ist nicht toll Kann ich mich Ja ich kann mich bewegen Aber ich